Musik 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 Ey yo Eltern Was geht ab? Was los? Wir wollen ein Gedicht für die Schule schreiben Wir wissen nicht was Echt jetzt? Also Echt jetzt? Großen sind rot Falschen sind blau Und eure Hefter sehen aus wie Sau Komm Wie heißt du? Brit Wie der Klebestift Wie der Klebestift Nur mit B Schatzi Hörst du das? Was denn? Diese Ruhe wenn die Kinder im Bett sind Schönen Abend alle Mann Bis morgen Entschuldigen sie Hört ihr Hund auf sie? Liebe du zu uns Aha Hey Schatz Was ist der Unterschied zwischen dem HSV und den Spritpreisen? Ich habe meine Frau gefragt was sie lieber hätte Einen hübschen Mann oder einen klugen Mann Sie sagte Weder noch Ich lieb nur dich Papa Ja Was wünschst du dir? Ich will nicht dass du siehst Blaue Hände Wie das Glas Blaue Hände? Das wäre wie Ellenschlumpf Mach deine Augen zu und streng deine Arme aus Dann kannst du zaubern Ich hab das heute nicht zu kalt Das ist ja zaubern Das ist natürlich kalt Das ist ja zaubern Alter das ist ja wirklich kalt Was ist das? Kann ich auch wieder aufmachen? Äh warte Kannst du auch mal aufmachen Äh Du wolltest blaue Hände Äh Mach das ab Äh Äh Mach das ab Nee Ihh Äh Äh Oh ey Du machst immer mehr drauf Warte Papa Ich warte auch schon Lass mich in Ruhe Oh ey Guck mal meinen Finger Mach das ab jetzt Ich schmier das anderen Klamotter Mach das ab jetzt Ich spiel seine Schleiber Ja Äh Nee Ey Papa Was ist denn hier los? Was schreit dir hier? Ist das egelhaft Boah und du Das ist egelig Nein Nicht ans Tuch schmieren Ja wohin denn dann? An mir An schmieren Hier Oh äh Das ist voll egelig Ich hab doch gesagt Papa Das ist nicht zu kalt wird Aber Papa Das ist doch eine gute Idee Instatt auf meinen Händen immer Das können wir dir ins Gesicht schmeißen Stimmt Könnt ihr mal meine Arme hochkrampeln? Nein Danke Danke Dann muss ich ihn erst auf meinen Händen abfüllen Das dauert ihn leider Okay Leute Die Jungs spielen FIFA Auf der Playstation Ich hab mir eine zweite Fernbedingung besorgt Und immer wenn sie kurz vorm Turm schießen sind werde ich ausmachen Mal gucken wie sie reagieren Auf das ich mich schon seit Tagen freue Ey Was soll das? Hast du ausgemacht? Nein Die Familie riecht bei dir Mann Daniel Ferreira Was soll das? Mann Mann Deine Klasse gearbeitet Ey Was soll das? Was soll das? Nein Mann Ich hab's doch mal in vorne Ich hab's doch mal in vorne In aller Zeiten Den kannst du nicht ganz aus dem Spiel nehmen Dazu ist die Qualität zu groß Mann Mann Komm wir schmeißen's jetzt in den Kopf Stopp 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 Ich hab mir eine zweite Fernbedingung besorgt Ihr wollt euch ein bisschen ärgern Mann Echt jetzt? Hä? Jetzt geh ich aber nicht Wir wollen das Spiel spielen Oh ey Mann Du tut viel von dir Ist so Tadam Endlich Platz los und so Wurdest du wieder vor schüchtern gehalten, oder? Was? Wo? Du bist nicht schüchtern Du bist unfreundlich Schatz Ja? Ich hab mir eine Maus bestellt Die ist schon zwei Wochen unterwegs Immer wenn ich bei Hermes anrufe Und frage Wann die Sendung mit der Maus kommt Legen die auf Musst du mit Käse locken Noch ein paar cool Dann Ja Entschuldigung Cl machine Du benutze 됐 sie Y Du benutze Ö Du subst Du benutze Du benutze Du benutze Du benutze Du benutze Du benutze Bis zum nächsten Mal.